Wie man so eine Eule macht, zeige ich euch heute. Ihr benötigt dazu den Rainbow Loom, zwei Schienen, die ich nebeneinander genau parallel auf die Schienen gespannt habe. Den Haken, der mit beim Rainbow Loom dabei liegt, grüne und rote Gummiringe, ein paar orangefarbene für den Schnabel, weiße und schwarze für die Augen, sowie einen Verschlusshaken. Ich beginne, indem ich zunächst in der Mitte vom Loom, wo genau, ist unerheblich, weil rechts und links sowieso einige Zapfen frei bleiben. Aber ich bespanne hier nach und nach vier Gummiringe als acht auf die Zapfen. So, acht Stück auf die Zapfen, vier Stück. Nun lege ich hier ebenfalls eine Acht schräg rüber. Ich habe hier also eins, zwei, drei, vier, fünf Zapfen. Und vom fünften ziehe ich einen Gummiring als acht rüber auf die gegenüberliegende Seite. Von da gehe ich nun mit Gummiringen zurück, ebenfalls als acht. Ich habe jetzt auch hier eins, zwei, drei, vier, fünf bespannte Zapfen. Und lege hier den letzten Gummiring wieder schräg rüber zum ersten. Wir haben nun insgesamt zehn Gummiringe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das bleibt, während der ganzen Eule werden wir immer diese zehn Zapfen bespannen. Nun schiebe ich diese untere Lage nach unten und beginne nun mit der ersten Lage mit grünen Gummiringen. Und zwar bespanne ich die Zapfen genau gleich, jedoch diesmal gerade. Ich verkreuze also die Gummiringe nicht. Und das ist meine erste Runde. Deshalb lege ich hier einen ersten Gummiring hin, damit, wenn ich mal unterbrochen werde, ich weiß, wo ich mich befinde. Nun nehme ich die untere Lage und ziehe sie über die oberen Gummiringe drüber. Die unteren zwei jeweils über die oberen ziehen. So, nun ist die erste Lage beendet. Auch die schiebe ich wieder nach unten und lege dann die zweite Lage. Die zweite Lage ist beendet. Ich lege auch hier einen Gummiring hin für die zweite Lage. Die ziehe ich nun auch wieder nach oben. Und so arbeite ich nun, bis ich die sechste Lage aufgelegt habe. So, ich habe jetzt hier die vierte Lage. Nun komme ich hier nicht mehr gut dazu, diese Lage nach unten zu drücken. Ich löse nun also hier die Schiene und schiebe sie nach außen. Und auf der anderen Seite auch. So habe ich nun hier in der Mitte mehr Platz, um diese Gummiringe nach unten zu schieben. Und so kann ich nun bequem die fünfte Lage legen und auch wieder gut nach unten schieben. Es ist einfach wichtig, dass man die Lagen nach dem Abhäkeln nach unten legt, damit man hier mit dem Haken gut reinkommt in die unteren zwei Gerade, weil man mit der gleichen Farbe die folgende Runde legt. und dann nimmt man nicht aus Versehen einen Ring von der oberen Lage von der neuen und löst damit die Eule auf. So, nun kommt die sechste Lage. Hier arbeite ich den Schnabel. Und zwar lege ich zuerst einen orangefarbenen Gummiring dreimal um die Häkelnadel. Dann noch einen zweimal und einen weiteren wieder dreimal. Dann nehme ich einen Petrolfer, einen grünen Gummiring und ziehe alle Schlingen auf dem Haken auf diesen Ring. Die bringe ich nun hier an einer Seite der Eule an und lege nun die restlichen neun Gummiringe als sechste Lage. Und dann wird auch diese Lage abgehäkelt. Ab der folgenden Lage arbeiten wir nun mit den roten Gummiringen. Und hier kommen dann auch schon die Augen. Für ein Auge nehme ich einen weißen Gummiring und lege diesen dreimal um die Nadel. Dann nehme ich einen schwarzen und lege diesen ebenfalls dreimal um die Nadel. Und nochmals einen weißen. Und nun nehme ich einen roten Gummiring und ziehe nun nach und nach wieder diese Schlingen auf den roten Ring. Die hänge ich nun am Lumen ein. Den ersten Ring gleich neben dem Schnabel und die zweite Seite vom Ring auf dem daneben liegenden Zapfen. Dann kommt das zweite Auge wieder. Zunächst ein weißes, dreimal um den Haken. Dann einen roten Ring dreimal um den Haken. Und wieder einen weißen. Und nun einen roten Gummiring durch alle Schlingen ziehen und einhängen. In die Mitte über den Schnabel ebenfalls einen roten Gummiring einhängen und seitlich rundum ebenfalls die restlichen sieben auch jeweils rote Gummiringe verwenden. Ab jetzt eben nur noch rote. Abgehäkelt wird jetzt hier ganz genauso auf der Rückseite. Und auch hier spielt es keine Rolle, dass hier mit diesen Augen bespannt wurde. Das Abhäkeln funktioniert genauso. Nun nochmals eine Lage rote. Das ist die zweite Lage rot. Und auch diese wie gewohnt abhäkeln. Und noch eine dritte Lage rot. Insgesamt werden es mit den Augen vier Lagen werden. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, dürft ihr mich gerne abonnieren. Ich habe schon viele von diesen Blumenbändern im Kanal. Jetzt auch figürliches. Und wenn ihr abonniert, bekommt ihr jeweils eine Mitteilung, wenn ich ein neues Video eingestellt habe, so dass ihr nichts verpasst. und dann geht es weiter. So, und nun wieder nach unten schieben. Und nun zeige ich euch noch, wie man das Ganze beendet. Man legt die vorderen Schlingen auf die hinteren Zapfen. Danach nehme ich zwei rote Gummiringe. Lege sie so übereinander. Greife mit der Häkelnadel in diese Schlinge und ziehe sie nach außen. Diese Schlinge lege ich dann über den linken Zapfen. So mache ich das nochmal mit zwei Gummiringen. Und lege die Schlinge hier über den rechten Zapfen. Nun nehme ich hier die unteren zwei Gummiringe und führe sie durch den Zapfen nach oben und dann nach innen. Hier mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Ich nehme die unteren zwei, führe sie nach oben und ziehe sie nach innen. Dort nehme ich dann auch die unteren zwei, führe sie nach oben und nach innen. Hier auch die unteren zwei nach oben führen und nach innen legen. Nun habe ich hier auf dem Inneren alle Gummiringe liegen. Dann nehme ich auch die unteren zwei, ziehe sie nach oben und bringe hier einen Verschlusshaken an. Und danach kann ich die Eule vom Brett lösen. Und diese Knötchen, die ziehe ich nach innen, sodass hier zwei Gummiringe, als Federchen wegstehen und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und ich nehme die Schm様. Ich nehme die unteren zwei-Gummiringe, die ich hier geboren habe. Ich habe das nicht noch die Unteren wettbewerden müssen. Ich nehme die innen. Ich nehme die Schm chasing,